Ich habe mit Musik aufgehört, jedoch fällt es mir schwer, mich beim Sport zu motivieren. Darf ich Motivationsreden anhören, wo im Hintergrund eine Melodie läuft? Das ist nicht erlaubt. Warum? Nicht aufgrund der Rede, sondern aufgrund der Melodie im Hintergrund. Auch diese Melodie ist Musik und deswegen darf man ebenso dies nicht hören.